hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von hans showdown wieder mit skulder an meiner seite und seiner kettenpistole der wohltäter wie er die auch das ist bitte nicht sterben ich habe hier einen sehr guten so wie ging die spielen gleich wieder wenn wir uns gleich ja wir sind bei der spinne schon er hatte das hat jetzt auch gehört oder es ist es eigentlich dass das wieder an wir sehen ja jetzt wenn andere spieler reinkommen oder aber jetzt gerade noch mal dieses machte aller bekomme ich dann das ran nicht bei mir zu einmal ich gehe mal hier rein aber kommt hier unten wahrscheinlich dran genau bist du drin bist du bei der spinne ja ich bin falschen gebäude mir schon gedacht dass du soll ja ja das ist jetzt mal blöd eigentlich will ich nicht gegen die spinne kämpfen und schon ja 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 ich hasse dieses mist fisch jawoll ja gut Da ist noch mal eine materne. Oh die kommt hier. Die kommt runter. Warte. Jawoll, Alter. Oh. Ne. Oh, 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 oh. Du rennst so hoch, sie ist vor dir. Ich muss mal kurz nachladen. Aber wir haben sie bald, wir haben sie bald. Geht ganz schnell. Ja, ich habe aber ziemlich viel Schaden bekommen, weil ich jetzt einfach stehen geblieben bin. Und geschossen. Da draußen wäre, hier oben wäre auch Heilung. Achso. Perfekt. Oh, die ist bald tot. Ja. Was geht denn bei der ab? Oh. Scheiße. Oder heilig. Du wusste ich eigentlich dann. Habe ich schon gehört. Sie ist tot. Passt perfekt. Gleich mal verbannen. Hä, warum rennt ich runter? Hä? Lebt die noch? Lebt die noch? Ah, verkehrt. Hä? Ist das doch also hoch? Hä? Ich bescheuere, das oder was? Sieh mal oben gerade schon aus. Doch da liegt's ja. LOL, wann ist denn die nach oben? Ey, die ist doch unten. Scheiße. Das kann ich mal was zu schlecht, aber das hier oben ist. Aber ich brauche einen Muni Muni, wenn nicht schlecht ziehst du irgendwo Muni grade. und jetzt darauf achten sehen wir das jetzt auch wenn die gegner reinkommen wenn wir die spinnen jetzt schon verbanden wo kommen wir können sie denn hier reinkommen hier an der wand eigentlich nicht die können unten durch den boden reinkommen aber nicht hinter uns das heißt wenn wir beide hierbleiben hätten wir eigentlich alles gut im sicht und wenn sie dann hochkommen könnten wir sie hier zerstören ein bisschen unten könnte man verteidigen falls sie da unten sind und wenn sie da vorne können sie da vorne irgendwo rein ich will mich nicht gerade zu viel bewegen also hier kommen sie hoch und da ist auch das tor oder eine tür hier ist noch mal muni für dich falls du so bist aber ich sag mal ich würde mal dort ungefähr bleiben dort wo wir sind ganz gut eigentlich eine zweitwaffe nachladen so dann einfach mal zu ihnen dieses loch wo man reingekommen bin durch reinkommen dann schaue ich mal die leiter dahinten bis das ist nicht gut viele schüsse meinst du das ist beim schlechter oder meinst du jemand weil das könnte eventuell wenn das schlechter bei lockt doch ist dann könnten die doch könnten wir doch gut hören das ist so viele schüsse und sowas explosion so lustig mal die erste runde wieder seit lang und dann gleich man läuft paar meter und gleich mit der spinne ey es ist das glück oder pech es wird sie noch herausstellen ob wir jetzt rauskommen oder nicht oder ob wir jetzt noch ein paar jäger killen dürfen oder nicht ach so schön wir einfach da ist jemand so durchs loch guckt ich drück ab headshot fertig wir auf die brandbombe hin weil die perfekte ins loch fallen kann ach komm ein bisschen glück ich möchte mal ein bisschen glück haben ich bin mir jetzt echt nur nicht sicher ob wir ob wir das sehen wenn jetzt jemand hier in das gebiet reinkommt während wir verbannen ob es dann auch rot markiert wird oder nicht ja normalerweise glaube ich schon oder wenn wir den gebiet sind weil das ist ja auch sind das sache wenn dann jemand band hatten auf und rum kämpft dass man das merkt aha der kämpft dabei diesen ding darum dann haben sie das eigentlich eingeführt was da das ja also haben wir es nicht gesehen richtig ich traue mich auch nicht zu holen weil es so mitten drin liegt ja gut aus dem kopf zwar flammen er sonst noch holen wir habe ihn habe die trophäe was hast du ihn oder das ist tot näher so ich habe ihn angezündet aber das war es auch schon wer das ist eine höllenfeuerbombe gewesen wo ist ja nur einer oder soll man mal gucken weil es ich habe noch gar nicht gekocht guck 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 schaust du mal so lull ich habe gerade gefragt ja das war ja vorsichtig wir müssen wir gucken nicht dass er von hinten kommt plötzlich diesen beide da direkt unter uns direkt unter uns oder hinter der treppe hier so direkt hinter dir sozusagen er guckt die schließende kraft durch der halle wesen kranken zu einer guten position ich werde mich ein arsch bewegen hier ich habe glück sie ignorieren mich gott sei dank immer was gekillt lol schießt gerade einfach durch die band zumal er ist unten die wallhexer arbeiten getroffen beim eingang oder wie ja ok vorbeigelaufen schatten links aufpassen nicht dass uns eine um uns umläuft oder sowas wo jetzt werde ich das machen wir kurz sicht einer links dort ungefähr und der andere auf der rechten seite sind aufpassen weil da hinten müssen ja da könnte die hochkommen ja ich schau doch mal ja das auf kommt ich sehe dich ich sehe dich warum kommt mir jetzt nicht lau raus und es wäre zu geil wenn jetzt sich versucht hier reinzuschleichen könnte bist du rumlaufen das soll so ein schlecht aber eine wisst leider kein kopfschuss na daneben ach der läuft immer so ganz schnell vorbei da treffe ich ihn nicht läufst du auf holz also hörst du gerade achten der wird glaube ich hinten hoch scheiße ich hab grad voll die kack posi alter habe ihn getroffen gut könnte er ist wieder da habe ihn getroffen gut dass sie langsam dürfen die kein medic schon mal kurz kummer bei mir auch wo es geht ja erst so bei dir aber unten ist da hinten oder ob bei der türe ein will ich weiß es nicht aber er unten ich muss kurz nachladen habe noch gelaufen also mal die nerven ganz schön wirst du kommen ja ich glaube ich muss halt die tür auch ein bisschen bewachen dass ich dann nie ein headshot oder was machen ja ich auch nicht das ist echt pech irgendwas hat auf mich geschossen aber ich weiß nicht was wurde von wo ich überlege ich bin gerade in einer guten post hinein ich würde es nicht pushen mit meiner kettenpistole hinein also entweder schießt er durch holz oder irgendeiner schießt die ganze zeit in meine durch in meine richtung wie viel sicht hast du noch drei schaust du mal ich bin rein bei mir vor allem aber ja er ist immer noch erst immer noch unten bei der tür bei der tür weil sie ich habe so ist da ungefähr oder ja da aus in der höhe meiner steht noch draußen die sind ganz schön geduldig ne was habe ich denn ich habe eine erstickungsbombe eine gegengiftspritze und eine feuer eine stolperfalle oh ja die schmeiße ich da hinten rein dann höre ich das wenn der reinkommt das ist sehr gut dann höre ich das wenn der reinkommt manchmal frage ich mich wer auf mich schießt die schießen ziemlich gut auf mich ne teilweise durch die wand die gehen langsam auf den sack weil ich schon mal kurz die kommen runter und die anderen also nicht pushen jetzt einfach versuchen irgendwie zu überleben die boni aus ich habe noch sechs schuss ja hier wird wahrscheinlich irgendwo noch mehr waffenkiste sein aber hat ein bisschen lust geht als rumzulatschen bei dir mhm Wie ist leer, die Kiste? Ist echt gut. Das gibt's doch nicht, Alter. Ah! Er guckt wieder. Hab ihn erwischt. Oh Gott. Ja, weil, wenn es bei mir alle langsam nervös ist, würde die anderen nicht runterkommen. Ja, aber dass die nicht sterben, ich verstehe es nicht. Ich habe den jetzt so vier oder fünfmal getroffen gerufen. Ich auch. Das ist so traurig. Entschuldigung, musst du jetzt. Zwei Schuss habe ich noch, ne? Ah, ist halt noch die Pistole, ne? Das ist traurig. Kommen die anderen nicht. Wow, Alter. Manchmal schießen sie echt gut durch die Mauer durch. Sie lecken mich im Arsch. Aber wie viel Zeug die auch haben, ey. Ich glaube, ich höre es hinter mir laufen. Die wollen, glaube ich, gerade außen rum. Also wenn es einmal wirklich, äh, hier knallt, weil ich habe hier, äh, äh, Stachel, äh, Dingbomben. Ja. Dann ist es entweder hinten die Tür oder die Leiter, aber die Leiter habe ich dann vor dem Sicht, also höchstwahrscheinlich die Tür. Da musst du mir sofort helfen, weil sie dann drin sind. Wie viel Sicht hast du noch? Zwei. Warte ich schon mal ganz kurz, wo die sind. Die anderen. Oh ja, sie kommen langsam runter, die anderen zwei. Na, ob es gut ist. Jetzt einfach nur warten. Also jetzt tue ich die Sicht nicht verbrauchen. Erst mal warten, bis ich dich entwickelt. Aber ich brauche die Muni, ich brauche die Muni, das ist mein Problem. Ich brauche Muni-Zion. Eigentlich wäre es mir lieber, wenn sie nicht hochkommen würden, weil dann müssen wir bei einer anderen wieder von vorne anfangen, weißt du? Außer die Kuscheln uns, weil sie Schrotflinten haben. Das gibt es doch nicht. Jetzt kommt es doch mal, macht es doch irgendwas. Die anderen sind gleich da. Ja, wir wollen uns kassieren. Oh yeah. Jetzt wird es kompliziert. Gegen vier kämpfen. Hoffentlich killen die sich gegenseitig erst mal. Wäre sehr nett, ja. Hat mir weniger zu tun. Wahrscheinlich sind die anderen zwei schon weg und jetzt kämpfen wir. Weil ich habe echt nur noch drei Schuss, ne, mit meiner Hauptwaffe. Hast du Fächer? Nee, aber ich habe die gute Pistole, also. Ah, du hast die Bornheim, ne? Das schleicht irgendwer. Ah, sie haben die Türe zu mir gemacht. Shit, danke. Ich wollte immer rundherum zu machen. Ja, aber die anderen. Oh, shit. Richtig dumm jetzt, ey. Oh, jetzt geht es los. Ja. Schade, aber eigentlich hätte ich gerne die Jägerkills gehabt. Ne? Weil eigentlich habe ich die jetzt voll angehittet und die holen sie sich's. Richtig doof. Eigentlich könnten wir jetzt versuchen, entweder zu flüchten, entweder mitzumischen oder zu flüchten. Sollen wir kämpfen oder magst du dich hier oben verbarrikadieren? Das ist jetzt so ein bisschen die Frage, ne? Ja. Warte mal, jetzt sind die anderen inzwischen schon tot. Weil die nur noch so einen HP hatten. Deswegen haben sie sich auch nicht mal blicken lassen. Oh. Das wäre aber auch die Möglichkeit, ne? Boah, ist das ärgerlich. Nein! Ich habe meine Sicht verkackt. Ich wollte ein Fenster öffnen und habe eh gedrückt. Und dann war es sofort weg, aber ich habe nichts gesehen. Scheiße, Mist. Schießt du? Ja. Ich habe einen gut getroffen, der ist auf einem anderen Dach gewesen. Ah, der ist schon wieder nicht verreckt! Ja, das ist... War die weiter weg? Hm, ne. Also mein anderes Gebäude... Ach, das war der an... Auf den ich geschossen habe, das glaube ich Sicht gehabt. Das kann sein. Stimmt, die sehen uns ja. Habe ich total vergessen, Alter. Ja, genau. Also wir haben mal die Sicht schon aufgebracht. Hätte ich schon noch mal gucken. Gott. Da, zwei... Opa-la... Wo, 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 wo? Also... Also mindestens einer von den zwei lebt noch, also drei. Drei... Genau, habe ich das gesehen. Ja. Also alle hier vor mir. Alle... Alle vor dir. Vor... Sie haben das gerade nicht geschaut, aber... Können wir da aus Fenstern schießen oder sowas? Ich habe vorhin aus dem Fenster geschossen, ja, aber... Gefährlich. Sind die alle vor, die könnte ich da ganz schnell kurz runter rennen und dann da die Tür zu machen und dort eine Falle hinstellen? Eher nicht, oder? Nee, das kann sich ja ganz schnell wieder ändern. Dann... Ich mache ihn mal auf. Ja, drüben war er letztes Mal hier da drüben auf dem Dach. Ah, der erscheint immer noch so drüben sein. Oh, ja. Oh, einer ist tot. Ich habe einen Umfall gesehen. Kannst du mal kennen, wo er ist? Ja, der war da... Aber ich weiß nicht, wo der andere jetzt ist, also der ist umgekippt, auf den ich gerade geschossen habe. Vorsicht, ich habe Türe gehört. Ne, okay, es war nicht Tier für uns. Ah, der hinten ist, er! Es gibt's nicht. Ich habe ihn wieder getroffen und er ist wieder nicht verreckt. Alle haben leider nicht getroffen. Wo ist er denn jetzt? Da, letztes Mal. Nochmal getroffen? Siehst du den? Ich sehe den nicht. Ja. Woah! Hu 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 hu! Das, der ist glaube ich schon wieder nicht verreckt. Ich sehe den nicht. Ich sehe den einfach nicht. Der ist rumgeschlichen, da habe ich noch gesehen. Aber der andere ist noch woanders. Hä? What the fuck? Der schießt auf mich, aber ich sehe da keinen. Das ist ja voll zum Kotzen, Alter. Lol. Ich sehe da niemanden. Das ist mein größtes Problem gerade. Gut, ich habe jetzt noch drei Schüsse mit meiner Hauptwaffe. Achso, ja gut, dass du sagst. Ich glaube gar keine mehr. Aber ich könnte mal versuchen, vielleicht mal unten. Ist da irgendwo Muni? Oben ist keine Muni mehr. Warte, ich glaube, ich habe da gerade... Da ist Muni. Da unten. Ja, die habe ich schon genommen. Nein, da falsch abgebogen. Gehe wieder hoch. Ich auch. Ich war direkt hin. Nein, ich fall wieder runter. Ah, wuhu. Oh, ich möchte eine Sichthalsing-Winion aufbrauchen. Okay, die sind beide so da in der Richtung, da hinten. Achso, in der Richtung. Das ist direkt vor uns halt. Alle beide. Da könnte man eigentlich noch hinten weglaufen. Weil das nur die Ausgänge. Theoret. Ach, verdammte Schle. Nee, jetzt kommst du wieder. Ich falle die ganze Zeit runter. Ich glaube, ich habe jetzt acht Treffer oder sowas in der Runde. Die sind nicht einmal umgekippt, ey. Das ist eigentlich schon hart, ne? Und ich habe eigentlich eine gute... Oh, ich bin froh. Ja, genau. Und ich gleich Kopfschuss, ey. Ich fresse einen Besen, ehrlich. Vorsichtig. Höhle, hole ich. Push uns. Die push uns. Schieß durch. Er schieß durch. So, verdammt, lustig, wirklich, ne? Er sch... Mit dem ersten Schuss tot? Ja, ich... Das ist auch... Die sind hier drin, oder? Ne. Noch nicht, nur. Moment, Vorsicht! Ich habe... 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 Ja... Lol. Hä? Woher wissen die ganze Zeit, wo wir sind? Hab ihn! Geil! Aber ich bin... Ich bin auch gleich tot. Ich bin auch gleich... Den müssen wir ganz schnell halten. Alter, ich habe nur noch so ein 1% HP, ey. Scheiße, daneben geworfen. Fuck. Warte, ich... Ich müsste hier aber fast gleich mal gucken, wo der andere ist, ey. Ne, glaube ich, der anderen 2 ist ein Tod, wahrscheinlich. Unten, 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 ah! Was, unten? Wo unten? Er ist ja gerade hier durch. Er ist hier gerade reingelaufen. Er ist... Er ist da draußen. Obwohl... Habe ich den? Ne, ich habe die Leiche nicht. Er ist wieder draußen. Ich bin mir gerade nicht lieg, aber draußen ist durch die Tür. Wow. Hab ihn! Ja! So, das kann ich aber nicht mehr schauen, ob da... What the fuck? Ah, du bist ein Gott, Alter. Ich könnte dich... Knutschen. Wolltest du erst mal kurz gucken? Nein, es gab Verbindungsprobleme. Da sind welche? Der da... Auf 30... Wir müssen raus... 30 Grad ist noch jemand. Was, 30 Grad? Direkt da in der Richtung, hier. Da war einer, da habe ich welche gesehen. Oh ja, ich schwöre bei Gott, wenn du jetzt irgendwie abkackst, war das schon gravide Verbindungsprobleme. Noch läuft es aber noch läufst du auch. Also ich muss eigentlich fast so schnell wie möglich raus am liebsten. Ja. Es geschieht schon wieder da. Nein! Bitte nicht. Das will ich jetzt nicht da packen, ey. Oh, ehrlich, wenn das eh unwitzig spielen, nie wieder Handschuh oder... Das ist ein absoluter... Ich schaue nochmal. Können wir irgendwie einfach versuchen, rauszurennen? Ja, komm jetzt raus, komm. Ich habe es keinen gesehen. Richtung, welches gerade sind das Richtung 60 Grad, also. Du hast da noch Sicht, oder? Ja, 5. Möchtest, soll ich ja meinen aufbrauchen und du, oder jeder so ein bisschen... Ja, ja, auch aufgeteilt. Ich habe einen ganzen Balken, weil ich schon nochmal kurz... Ja, doch, das sind 0 Grad. Das 0 Grad. Ja. Oh, fuck. Wir laufen aber gerade in die Kacke. Ich laufe dir nur hinterher, ne? Oh shit, Wasser. Ah, ich bin getroffen. Ich bin fast tot. Ich muss zurücklaufen. Ich muss mich heilen. Scheiße. Wo der Wasser? Beim Wasser, beim Wasser. Bei welcher Wasser? In dem Fluss, wo wir gerade drüber laufen wollten. Lol, sind die auf der anderen Seite? Oh, ja, das sind andere. Lol. Ja, das schaffe ich nicht, Alter. Digga. Ich sehe sie gerade nicht, das ist so kacke. Ich muss nicht kurz heilen. Kannst du mich kurz decken? Ja. Ich habe keine Sicht mehr übrigens. Und ich kann mir auch nicht mehr heilen, oder was weiß ich. Doch, ich habe noch eine Spritze. Boah, da sind welche und da sind welche. Schütze mich mal kurz, ich muss kurz Spritz reinhauen. Einer kommt. Wo steht er? Ah, Mann, wieso hat der mich wieder erwischt? Einer von rechts, einer von links. Einer habe ich erwischt, glaube ich. Er hilft. Ich bin tot, Dynamit. Scheiße. Da ist nur noch einer, glaube ich, oder? Komm schon, bitte, bitte. Da rechts. Irgendwann hat er was bei uns. Ja, das könntest du viel. Ja. Oder pushen, pushen. Ja, das ist die Beachtung da. Das ist zu weit weg. Was? Oh, kein Schuss mehr. Ziel aber besser. Kannst du ziehen? Oder pushen dich? Nein! Heißer! Mann! Oh, ey, das waren so viele. Weil wir uns einfach jetzt so gestresst haben, wegen dem Scheiß Verbindungsproblem. Wir hätten einfach da warten sollen. Ja, was kann ich dafür, wenn das Spiel so kacke, fucking immer Verbindungsprobleme hat? Mann, jetzt haben sie beide! Ah! Waren das zwei verschiedene, oder? Was war denn das jetzt? Ja. Mann! Das ärgert mich wie kacke, ohne Witz. Was für ein Kacke. Wir haben uns so gut geschlagen jetzt. Ja, Mann. Voll gut. Ah! Und dann ist mir die Munition ausgegangen. Ja, mir eben auch, Alter. Ich hab keinen Schuss mehr. Ah, wieso? Ah! Wir haben so viel Pech. Und so oft getroffen, Alter. Ich glaube, ich hab in der Runde 20 Hits oder so. Ja, das ist so traurig. Ich krieg echt kotzen. Oh, fuck. Was für eine Runde, ey. Aber wir haben, glaube ich, gut Punkte gemacht jetzt. Ich hoffe es doch. Aber mein guter Charakter, Alter. Aber wir hatten dann so richtig scheiße Positionen. Das kackt Baum. Ja, das war... Ah! Naja, so viel war das auch noch nicht. Nee, gar nichts. Ich bin aber irgendwie noch voll bin. Das ist klar, dass wir immer so langsam leveln, Alter. Mann. Vier Jäger getötet, Alter. Aber vier Jäger getötet. Hast du vier getötet? Wenn du keinen getötet hast, dann hast du vier getötet. Du hast doch einen. Hast du ihn gekillt? Nee, ich hab immer nur gehittet. Moment, vier? Ach, dann hab ich den anderen vielleicht doch gekillt. Und dann wieder... Vorhin da. Ja, anscheinend doch. Nee, wie fad? Vier, eins, zwei, drei. Vier? Ja, ich verstehe das auch gar nicht. Nee, also eins. Eins. Und dann zwei, drei. Nee, drei hab ich jetzt. Nee, vier. Stimmt, weil am Schluss hab ich den anderen noch erwischt. Ja, am Schluss dann halt. Krass. Oh, Mann. Das ärgert geradezu. Und dann hab ich natürlich jetzt keine Muni mehr gehabt. Ah, Mann. Ah, ja. Ja, aber das ist so krass, hatten wir noch nie eine Runde. Das sind alle Jäger. Da waren ja wirklich alle eigentlich dann, ne? Das waren alle Jäger waren da. Oh, ist das nervig. Man hat beide Bounties. Die sind extra zu uns gekommen. Wir haben sie gekillt und... Oh. Ja, und jetzt haben die uns gekillt mit beiden Bounties. Ja, die haben jetzt natürlich Jackpot, ne? Hm. Die haben eindeutig noch bessere Ausrüstung gehabt jetzt, mehr Muni. Ja, ich hab einmal daneben geschossen, das war's halt. Hätte ich den direkt getroffen, wäre er vielleicht tot gewesen. Und die haben mich halt immer einmal... Und ich hatte dann immer nur so ein futzer Leben. Das war das Allerschlimmste. Ich auch. So ein Prozent noch. Ja, ja, genau. Und dann haben sie mich mit der blöden Dynamitstange erwischt. Ich wollte noch wegrennen, aber... Ich bin gerade noch so weggekommen. Nee, ich nicht. Scheiße, scheiße. Ich überlege gerade, welche welche neu generieren. Ja gut, aber ich sage jetzt einfach mal danke fürs Zugucken. Oh ja, genau, danke fürs Zuschauen. War leider nichts... War spannend, aber... Also spannend war es schon besser. Ja, spannend war es. Aber halt richtig nervig. Ja, es war also... Schade. Das ist halt echt traurig, weil wir einfach beide... Schade. Ich glaube sogar... Also, der wäre vielleicht sogar Level 50 gewesen ist bei mir. So 20 Level? Ja, wohl. Ja, nee, 20 Level vielleicht nicht. Doch, 20 Level. Hallo, vier Jäger, dann Boss. Wenn wir das rausgehoben hätten wir richtig viele Punkte bekommen. Ja, ja, klar. Hätten wir auch. Also, der wäre, glaube ich, Level 50 gewesen unser Jäger. Boah, schade, ey. Es lief so gut am Anfang. Ach, Mann, ey. Naja, gut. Aber diese Verbindungsprobleme, ey. Das gibt's doch nicht. Warum steht da Verbindungsprobleme, wenn nichts passiert? Das ist echt traurig. Nein, das eigentlich hat uns das zum Kopf gekostet. Ja, weil wir jetzt rumgestresst haben, dass wir hier rauskommen. Ja. Na gut, kann man nichts machen. Na, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Ciao.